johu hallo und herzlich willkommen zurück zur begrenzten herausforderung zum zweiten mal trick versus trick da haben wir heute irgendwie ja wieder fitzen gaudi und richter volltreffer dann nehmen wir mal wieder das mit wo man es einbilden das könnte man gebrauchen ja wir wollen ja auch mal andere hält uns ein bisschen einsetzen dich dich und wo wir immer wieder brauchen ist halt den kompeter wobei mir da jetzt wahrscheinlich die verbrennerin auch mal ganz gut getaugt hätte ja wie und wie immer like da lassen kommentar da lassen ein abo wenn es euch gefallen hat ich freue mich ihr seid einfach die besten ne immer wieder schön mit euch hier zu spielen weil da geht ja mal gar nichts hier ist da jetzt los ich verschwinde jetzt den ganzen scheiß deck hier nicht ja welcher wollte man machen müssen das ist ja morgen ostern dass da mal was geht schon wieder ostern was wir hatten doch erst los dann was da los broken already yes so ist das doch mal hübsch ne warten wir mal auf die feindliche verstärkung da kommt bestimmt wieder eine die komische tool kann es ja jetzt nicht gewesen sein ne ja klasse aber halt zieht sich halt ein wenig kaugummi ne aber übelster kaugummi ne oioioioioi kaugummi aktion vom allerfeinsten ne sehe ich schon in der letzten runde beim boss fight geht mir wieder die zeit aus immer wenn man mal andere helden mitnehmen will ne außer die all time favorites ach du scheuß wir sind nie kaputt da warte ich aber jetzt schon so warten bis die schliebe power vorbei ist da gibt es nochmal einen stun hier auf die schnauze und du greifst dann mit dem da bitte an oh jemi ne vielleicht hätte ich da doch lieber den anderen mitnehmen sollen ne ja da reiche ich alle nein nicht sterben nicht sterben nicht sterben nicht sterben bitte 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 scheiß doch die wandern alter so schliebing power jetzt kommen da nochmal verstärkungen ne ja holy shit ich schalte jetzt auf automatikum holy fucking shit ne kommt so weit ist jetzt aber nicht geplant ne warum greifst du da an ach ja weil automatik boah digine ja wenigstens jetzt die dahinten schon mal alle kaputt ne das habe ich bloß noch hier oh let go me oh ne bitte automatik mode macht es dass das passt ok also es funktioniert aber es ist eine sehr schlechte heldenaufstellung also äh oder ihr schaut das vom letzten jahr an von meinem der begrenzten herausforderung da geht es ein bisschen geschmeidiger bisschen entspannter und schneller boah mir geht die zeit aus alter mir geht die zeit aus alter vielleicht geht mir die zeit aus ja alter aber just in time ne pack die wald hehehehe ok also die heldenaufstellung funktioniert auch aber es ist sehr äh aufregend sage ich mal jetzt das bitte benutzt oder nicht benutzt lieber das vom letzten mal dann sehen wir uns morgen wieder morgen habe ich frei also morgen ist wahrscheinlich zeitlich hochladen habt euch lieb Bussi bis morgen eben betchen tab ab 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 betchen Untertitelung des ZDF, 2020